So Leute, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Gethersandreas, Mission 69, ja, müsste es sein, ähm, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach entspannt weiter, wir gehen wieder ins Four Dragons Casino, na komm, die Musik passt gerade nicht. Explosive Situation, Alter Schwede, Situation, Situation, ich kann das gar nicht aussprechen, tut mir leid, ich bin gerade zu blöd dafür, Alter Schwede, ey. Ja, das glücklich ist, äh, holl ich, was? Great shot, Boss. Not bad, Woosie. So, Sendakko-Familie ist behind the attempts to sabotage our venture. Wonder why it's only them and not the others? Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. What we need is hit the mafia casino. Yeah, go check the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbang. It's a whole different league. Yeah, you right, it'll take some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I'll go peep it out. Okay. Ich geb dich zum Steinbruch. Ja, man. Ich geb dich zum Steinbruch. Ich geb dich zum Steinbruch. Ich geb dich um снова spiro readers. So, wir sind auch schon da. Hier ist der Steinbruch. Geh in den Steinbruch und klau das Dynamit. Das Dynamit ist scharf gemacht. Schnapp es dir, ehe die Arbeiter es zünden. Du brauchst etwas schweres um die Kisten aufzubrechen. Hol dir das Dynamit, ehe der Zeit zu den abgelaufen ist und es explodiert. Wir schnappen uns hier einfach mal wieder unseren Club und fahren die mal runter. So, Ja, dann nehmen wir ganz einfach mal den Dumper. So, eine von vier Stangen. Achso, können wir schon nehmen. Zwei von vier Stangen. So, und noch den Letzten. Ah, ich brenne. So, wo ist der Typ? Boah, Sicherheitsdienst. Die Security versperrt den Ausgang. Folge den Fallen, um zu entkommen. Gott. Okay. 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 So, So, Jetzt bringen wir das für mich zum Übergabeort. Machen wir. Das ist doch kein Problem. Schau im Steinbruch vorbei, um die Steinbruch-Nebenmission anzunehmen. Mission erfüllt. Welche Steinbruch-Nebenmission? Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. hier saven so einmal saven zack gut leute würde ich sagen sehen wir uns hier im nächsten part wieder und ja bis dahin ciao leute